Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Bildung Nummer 9 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bildung ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess. Bildung ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess. Bildung ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess. Bildung ist die Grundlage für eine selbstbestimmte und verantwortungsvolle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bildung ist die Grundlage für eine selbstbestimmte und verantwortungsvolle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bildung ermöglicht die Auseinandersetzung mit der Welt und die Bildung eigener Urteile. Bildung ermöglicht die Auseinandersetzung mit der Welt und die Bildung eigener Urteile. Bildung befähigt, sich in einer Welt des Wandels zurechtzufinden. Bildung befähigt, sich in einer Welt des Wandels zurechtzufinden. Bildung ist ein Menschenrecht und sollte allen zugänglich sein. Die Vermittlung von Fachwissen ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Schwerpunkt der deutschen Bildungspolitik geworden. Die Vermittlung von Fachwissen ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Schwerpunkt der deutschen Bildungspolitik geworden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.